20 Sekunden 20 Sekunden 20 Sekunden Start Da hat der Finn auch keine 15 Sekunden Strafe mehr Ja, die haben sie gleich wieder in den D7 Hau sie gleich wieder rein Ach ja Der Tinge ist schon wieder High Stay single five Wer ist High? Der hat wieder sein Streamtitel nicht geändert Ja, ist ja normal Mach ich erst später Ja So, gehen wir wieder auf die Helicam Oh, ich bin auf Olidro Das ist die Erinnerung noch auf das alte Rennen Wo es noch gut lief Paul Paul sehe ich auch bei den Bei der MVS Schon mit einer Audi GT2 Tobi ist auch bei der MVS dabei Der hat sich schon angemeldet Ja, hab ich gesehen Nice Tobi, falls du Fragen hast Jetzt kannst du ihn durchlöchern Mach mal nachholen Ja Sonst quatschen wir hier zu viel Ja Wenn es gleich nicht nochmal abbricht Und wir nochmal fünf Minuten warten Ja, dann klatscht es auch Kein Beifall Ach Gott, ich bin die ganze Zeit mit der falschen Menschen Mach mal das Mapping hoch Mach mal das Mapping hoch What? Ich hab kein Force Feedback Was ist denn jetzt los? Oh Echt jetzt? Ja, Mann Aber so, jetzt ist es wieder da Max, hast du Force Feedback? Ach, verdammte Scheiße Ist wieder da Ich bin nicht alle da Aber das habe ich in manchen Kurven auf Oldenpark auch gehabt Dass ich vor allem mein Force Feedback manchmal schnell weg war Du bist voll am Gegenlernen Auf einmal Force Feedback weg Zack Blacky ist echt die Härte Fährt los und hat hinten links schon 0,4 Pressure loss Wie kriegst du das hin? Ich habe nichts gemacht 0,4 Oder 0,4 0,4 Hätte sich den Nagel reingefahren oder was? Die schmeißen hier mit Bananenschalen, Alter Die Barbario-Count genau So Okay Konzentration Seid ihr schon bei Status 1? Also wenn ich eins nicht kann, dann sind es Reifendrücke Wir gleich sowas von abfliegen, geil Ah Pop TC hoch Das ist am Anfang TC cool TC ist schon auf 2 Ich verstand in der ersten Runde und die ersten zwei Runden fahre ich auf 3 Wie hoch soll ich sie denn noch stellen? Meine Güte Mach einen Klick höher immer zum Start Weil dann Reifen sind eiskalt ey, sehe ich da jetzt Lass da nun mal irgendwie ansatzweise 80 Grad blicken Ach komm ich doch gar nicht jetzt voran ey Mach entspannt Da stehst du sowieso irgendwo irgendwo Ja echt ey Gibt's eh nix zu verlieren Boah, ich helfe halt Warum hilft grad zurück Ah da Wä Observ? Ja D neigh 更 Ich fahr Schönen Fahr Mond Fahr Es gibt eine Strafe am Start. 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 Car on the right, clear on the right. Warning for exceeding track limits. Warning for exceeding track limits. Yellow flag ahead, watch out. Warning for exceeding track limits. 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 Ich bin auf der Fahrrad in Sektor 2. Gut gemacht, mate. Das ist alles gut. Das war's für heute. 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 Goldbesidee. Und raus. Yu-Di-Li-La Service. Aber Blackie, du musst jetzt so konstante Zeiten fahren. Schörter hat einen Frontschaden ohne Ende. Und auch einen leichten Heckschaden. Der werde den nicht reparieren lassen. Okay. Abstatt zu jetzt konstant Zeitzen fährst, so 34 Mitte, du kannst dich weit absetzen und verbe serves. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bin hinter dem Auto, in Sektor 2. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020